so und nachdem es mich grad gekickt hat habe ich glaube ich auch die lösung dafür und zwar liegt es glaube ich an der formatänderung weil ja das hauptmenü in einem anderen bildformat ist irgendwie jedes mal wenn ich das aufnehmen will diese formatänderung macht spiel aus also probieren wir das ganze jetzt eben mal so es kann dann natürlich sein dass es zwischendrin noch mal unterbricht wegen so da sind wir jetzt da haben wir hier erst mal keine ahnung wählen hier haben wir demnach müsste ok die frau mit einem schweren maschinengewehr so so dann hätte ich mal gesagt legen wir los karte gibt es keine ziel gesichtet da unten tappen doch welche rum wirst du wohl ob kippen ob da noch einer so die rennen wir uns hinterher einen gibt es glaube ich noch glaube ich dann rennen wir jetzt mal hier hinten rum und nein ach da liegen sie ja alle drei so was haben wir denn hier für einen tipp ziehen sie auf eine geeignete stelle am boden und drücken sie ja dann kann ich die leute schicken verstanden halte position roger komme nach so dann laden wir jetzt erst mal nach nein halt ich ich sollte mir wohl mal langsam wieder angewöhnen von mir in der 1-Saal zu reden so hockt da irgendwo einer nein da oben oh da rennt einer da rennen ganz viele WTR Haha, er stirbt an Schüssen in den Fuß. So. Okay. Kann man auch machen. Kann man, muss man aber nicht. So, und dann lebt hier noch irgendwo eine. Zielgericht, Gegner vor Ort! Ziel neutralisiert. Jo. So, und was kann ich hier machen? Ähm, ja, unten links in der Ecke sehe ich die... Ah, ja. Wie kann ich die jetzt einzeln auswählen? Tja, das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, aber... Tja, da muss ich dann wohl nochmal unter... äh... Ja, unter den Optionen nachgucken. Roger, halte Position! Komme nach! So, die kommen jetzt erstmal alle nach, dann lade ich... Dann lade ich hier nach, und dann... Da ist keiner. Oh, ich weiß jetzt natürlich schon, wo die Leute ungefähr stehen. Leider. Das heißt, hier kann ich jetzt schon mal durchrennen. Und, ja. Das hier ist... Das erste Rainbow Six Spiel, bei dem man... Ah, hier. So. Und zwar gibt es da jetzt verschiedene Möglichkeiten. Schrotgewehr, ja, wisst mal, denkt man, wie es aussieht. Türladung, habt ihr, denkt man, auch schon öfters gesehen. Aber den Hammer. Raum sichern. So. Okay. Und dann geben wir Go-Call. Willkommen. Kündigate. Ich habe sie gewählt. Ich brauche Feuerschutz. Ich bin getroffen. Gegner eliminiert. Ich bin getroffen. Unter schweren Beschuss. Gegner gewichtet. Noch ein Treffer. Oh, da hinten dran steht einer. Wo? Ziel in Sicht. Ach, verdammt. Höh. So. Da stand noch einer nebendran. Waren das jetzt alle? Nö. Ziel in Sicht. Ziel ausgeschaltet. Wow. 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 Da hinten dran ist noch einer. Okay, da hinten dran war einer. Ja. Pistolenmunition haben wir wieder unendlich viel. Aha. 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 ... Die Tür öffnet, beziehungsweise schließt keiner mehr. Ah So Also dann ein Stockwerk tiefer Das war jetzt natürlich ein epischer Fail Dass ich mich da jetzt selber verletzt habe auch noch Nun, mhm, es wird dunkel So, mit V schalte ich die Nachtsicht ein Oder mit B den Bewegungssensor So, sehen die mich? Schreckstrich uns Jo, scheinbar Könnt die uns hier sehen So, wieder einer weniger Es ist natürlich auch sehr schön, dass die alle so hell leuchten Und ich will nicht wissen, wo die, äh Zu Mittag gegessen haben Wahrscheinlich in In Japan Fukushima, so, irgendwie was Meine Fässer, hat die eine Schnelllade? Schrotflinte, oder was geht denn mit der ab? So, ist hier sonst noch irgendwo jemand? Die Tür da kann man nicht öffnen Ja, da hinten dieses Zeichen sagt uns Da Da haben wir hin zu wollen So, jetzt sehen wir auch wieder was Ja, schade Kein Gegner da Egal Also, dann wechseln wir erst nochmal schnell die Waffe Und Dann wechseln wir das Gebiet So Ja, hier haben wir jetzt nochmal die Karte Leider habe ich keine Maus Also, wir müssen von 1 über 2 nach 3 Ist ja ganz einfach Vielleicht Ja Alpha 2, rückt durch die Stadt vor und dring in die Bank ein Indem man den Präsidenten gefangen hält Jo Dann Dann wir So, ähm Neues Einsatzziel Zugang zur Bank verschaffen Das heißt, wir müssen darüber Wechseln Sie mit X Ihre Körperhaltung Äh Jo Kann man auch mit Shift machen Wer ist da? Ich kann es zumindest mit Shift machen Bam Haha, Headshot Tu den Faschisten Headshot Knapp daneben auch vorbei, Headshot Headshot Bam, wieder einer Verdammt, Sie haben ihn Was jetzt aber mal interessant wäre Ah, auf Z Was, genau So Alpha 2, Scharfschützen über dir Was Mhm Okay Woh Fuck Oh, nee, ne Nur weil ich mir diese Blöde Tande voll ins Schuss Feld reinrennen musste Gegner in Sicht Kontakt Positiv Gegner in Sicht Gegner neutralisiert Halt die Position Es sind Ziele in Sicht Wow, WTF war das gerade Knapp Gegner ausgeschaltet Kontakt Es sind Ziele in Sicht Unter Bischof So Was ist das hier Wow Da war noch ein Scharfschütze Okay, hier ist Keine Befolge Anweisung Halte die Position Roger, komme nach Ey, wo geht es hier raus Hilfe Da hinten Okay Dann schauen wir hier nochmal Nein, da können wir nix machen Jut Also dann bewegen wir uns doch mal in Richtung Ausgang Nochmal nachladen Ratte Ratatatatatsatsatatatzong So Das ist jetzt natürlich scheiße, dass wir die Luisel, wie auch immer die heißen mag, dass wir die jetzt nicht mehr dabei haben Weil ich habe so die Befürchtung, dass wir jetzt verdammt schnell failen werden Ich werde failen, hab ich's bald. Ja, oh, Entschuldigung. Da war mir grad das Mikro im Weg. Ja, es sollte gerade die Tetris-Melodie werden, aber... Ja, dezent daneben, ich weiß. Oh, das könnte jetzt mal langsam laden, so. Ganz langsam. Irgendwie kommt das nicht zu Pottel. Ah, doch, jetzt. Ja, wir sind immer noch nur zu dritt jetzt, weil die Anna liegt ja noch im letzten Gebiet bewusstlos. Boah, ich hab sie bewusstlos geschossen. Pader-Boom. So, ja, wie ihr rechts unten neben dem Plus seht, ist auch meine Lebensenergie schon etwas angekratzt. War da irgendwo ein Tipp? Nein. Da ist ein Tipp. Ich kann mich mit Q und E lehnen, aber währenddessen kann ich feuern, kann Waffe anlegen, aber ich kann mich nicht bewegen. Alpha 2, Tango mit Raketenwerfer, pass auf! Oh, ja, ich kann mich nicht bewegen, aber ich kann mich nicht bewegen, weil ich nicht weiß, ob es mir dann nicht vielleicht, äh, das Spiel wieder abstürzt. Also, bis gleich.